Dieser Knoten ist eine Variante des einfachen Kuhstegs und ist auch noch sicherer und stärker als der Pedigree Kuhsteg. Vielseitig verwendbar, um irgendwelche Dinge zu befestigen. Man kann ihn auch mit feinem Material benutzen, um Amulette oder Ketten anzuhängen. Das Arbeitsende wird über den Gegenstand gelegt und um die stehende Part getörnt. Dann wird das Arbeitsende über die stehende Part hinter den Gegenstand getörnt. Wir halten hier ein doppeltes Auge und das Arbeitsende wird parallel zur stehenden Part durch diese Augen gesteckt. Kuhsteg Variante Kuhsteg Variante Kuhsteg Variante